Mein Name ist Johannes Stark. Stell dir vor, du kriegst ein kurzes E-Mail und du schaust darauf und sagst, das ist genau mein Thema, das ist genial. Das ist die Antwort auf die Frage, die ich mir schon so lange stelle. Und bei diesem E-Mail ist noch ein kurzes Video dabei und du siehst, wie du das Thema so richtig gut in deinen Alltag, in dein Leben integrieren kannst. Von was rede ich? Ich rede vom stark dynamischen E-Mail-Coaching. Was ist das genau? Bei diesem E-Mail-Coaching geht es darum, persönliche Themen zu entwickeln und weiterzukommen. Und dazu schaffen wir Raum für neue Ansichten und Einsichten. Und wir bringen Dinge in den Fluss. Wenn du da dabei bleibst, dann wirst du wirklich weiterkommen. Und damit das gut gelingt, kriegst du über sechs Wochen jede Woche drei E-Mails mit einer kurzen Videobotschaft. Und am Ende von diesen sechs Wochen gibt es noch mal ein Video-Spezial mit allen Anliegen und Themen der Teilnehmer, also von dir, wo wir noch mal so richtig genau alles auf den Punkt bringen. Dieses E-Mail-Coaching startet am 2. Oktober. Wenn du dich jetzt schon anmeldest, dann kriegst du vorab schon einige Inputs und Informationen, bevor es andere kriegen. Also meld dich jetzt an, dann können wir gleich los starten.